Da ist es. Das sind noch zwei Schiffe und die muss ich dann noch quasi rum und dahinter ist es dann. Das sind diese zwei Schiffe. Aber nachdem wir eh nicht gesucht werden. Na gut, fahren wir halt so rum. Und jetzt müssen wir, sollten wir ja gleich da sein. Ja, okay, die ist ja uns. Was haben wir da vorne? Schönes. Noch eine Fregatte. Wow, sowas wäre natürlich geil, so eine Fregatte. Oder zumindest ein ordentlich potentes Schiff, dass man es mit solchen aufnehmen kann. Was haben denn die Gladen? Wow, nicht schlecht. Ja, so ein Schiff hätte sie auszahlen. Na, schon wieder eher trickender. Ja, ja, haben wir schon gerettet. Da ist jemand in Seenotkappen. Und wir müssen da her. So. Schön mit den Wellen einreiten da. Ah. Okay, dann starten wir die Mission. Soll doch noch wurscht sein, ob da Feinde patrouillieren oder nicht. Okay, dann schauen wir, was uns da jetzt erwartet. Gentlemen! Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt, stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Ei! Wer dagegen ist, pinselt Ney! Na gut. Die Berater des Königs sind sich nicht frei. Das ist eine coole Socke unser Edward, ha? Der hat die Leute im Griff. Okay, den Dschungel durchqueren. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Okay. Oh mein Gott, was ist denn das? Den Dschungel durchqueren. Das heißt, ich muss auf alle Fälle mal irgendwo rauf. Oh, das war so nicht geplant. Und da vorne muss es weiter gehen. Ganz genau. Okay. 1 das war und zum arsch da haben wir doch gern ein schönes kleines Fragment und wohin jetzt ich denke vorne geht es weiter schon gesehen ok opa naa nicht abstürzen komm Edward, bitte kurze Schrägsekunde für unseren Eddie irgendwo glitzert da ein Schatz keine Ahnung schau mal, dass ich da raufkomme weil Wege finden das ist eh nicht so mein Spezialgebiet ok schaut aus als hätte ich da die erste Hürde geschafft oh ein Leguan das ist mir jetzt auch egal oh das sind Feinde Feinde die 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 so da unten stehen zwei rum auch welche darüber muss ich doch eigentlich nur naja das sehe mich dann von hinten genau sie mich da jetzt ich hoffe nicht das war auf der die heute noch einmal gleich einmal eliminiert wo geht es dahin muss ich da weiter oder dort weiter ich habe doch keine ahnung da ist irgendwo einer auch da unten ja genau hinter der wand so der nächste gut ich hoffe immer noch dass ich da richtig bin aber nachdem sich die die distanz verringert da kommt schon einer ich glaube da ist nichts zum verstecken hat sich aber schon wieder geschlichen ich auch mein freund ok steht da eh nirgends wo einer rum ne alles klar so den dschungel durchqueren noch immer machen wir das oh da geht es jetzt aber steil runter irgendwas wo man reinhupfen kann nö nö ah da ich sehe schon da kommt mal wieder zurück wie komme ich da runter wieso habe ich da jetzt noch keinen plan wieso habe ich da jetzt noch keinen plan oder muss ich von da komme ich doch oder wieso nein aber jetzt waal ich gar unter da gehts aber nirgends drunter nö so So, war ich doch da einen anderen Weg? Jawohl. Da ist mal eine Schatzkiste. Ei, 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 jetzt scheitere ich, dass ich dort nicht runterkomme. Kann ich aber nirgends drunter hupfen, das ist eindeutig zu hoch. Wuscht, das ist der einzige Weg, ich bin von dort gekommen, ich kann nur da weiter. So. Ah, sieh einer, da geht's runter. Alles klar. Okay, eingesammelt. Junge, Junge, Junge. Ich sag ja, Wege finden, das ist nicht so mein Spezialgebiet. Immer wieder. Oh, oh, oh. So. Das geht ab. Jetzt sind die da zu dritt. Okay. Das hat der voll nicht checkt, super. Ah, der ist besoffen, der ist voll besoffen. Geil ist das. Dann kriegt er das sicherlich auch nicht mit, wenn ich mir den hole. Ah. Ah, warte mal. Hm. Genau, holen wir uns auch mal da, der da eifrig seine Runden dreht. Bis jetzt ist sie eh recht zügig gegangen. Aha, das hat er jetzt gesehen. Oh Gott, jetzt bin ich in den Kampf verwirklicht. Ah, schaut er dann an. Erst. Ich weiß nicht, dass ihr es nie eine Ruhe geben könnt. Durch den Baum habe ich gedacht, er ist schon... Er hat sich schon erledigt von ihm. So. Okay. Was das? Schaut so aus. Oh, da ist irgendein Scharfschütze auch. Da oben. Das ist jetzt scheiß Blatt. Oh, da ist auch einer. Na, zuerst schauen wir mal, dass wir den da oben holen. So, der ist einmal tot. Oh, scheiße. Fröscht. So, ist ja egal. Hauptsache, wir kommen zu dieser Galleone. So, wo sind denn die Freunde da jetzt? Da. Jawohl, Kugeln wieder voll. Passt. So. Wieder nachladen. Okay. So, da vorne ist jetzt noch einer.